Das war aber meins. Nach geschätzten 200 Versuchen habe ich ihn dann gehabt. Oh, warte, hier gibt es ein Heli? Oh, geil. Oh nein. Mit er nach oben. Ah, okay, tot. Das sah gut aus. Oh Mann. An alter Schwäche gestorben. Emma, ich schieße da so rein und nichts passiert. Deine Nemesis. Ich habe jetzt schon eine Nemesis. What? What? Boah, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch... Jetzt wird wiederbelebt. Komm, nee, ich spiele Pionier, weil ich so viele Panzer hier rumfahre. Ich glaube, das ist eine schöne Shotgun. Nee, habe ich gar nicht. Was ist das denn für eine Waffe? Wie, was? Da steht einer drinne? Wo bist du? Ich weiß es nicht. Ich habe die Orientierung gerade total verloren. Also ich spaw einfach bei dir jetzt. Zack, bin hinter dir. So, warte, ich schaue da jetzt in Panzerfaust rein, Alter. Und tot. Vielleicht habe ich ja noch irgendwie getroffen mit der Panzerfaust. Headshot mit der Panzerfaust, das wär's. Headshot mit Panzer, habe ich schon mal gemacht. Ach nein. Erzähl nicht. Haben die mich alle darauf hingewiesen. Haben sie alle geschrieben, what the... Ah, der, warte. Komm, 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 komm. Ah, Mann, ich hätte den. Da vorne ist der Panzer, warte. Ich krieg den, ich krieg den, ich krieg den. Der steht da vorne. Ey, ich glaube, die gewinnen noch. Boah, was ist das denn? Der ist noch nicht explodiert. Der steht noch, der Panzer. Oh, 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 oh. Der schießt im Lauf mit seinem Präzisionsgewehr mich kaputt. Ja, das ist, es ist nur ein Rätsel, wie Leute das schaffen können, ey. Und man selbst verbraucht ein halbes Magazin oder so. Und trifft in den seltensten Fällen. So, ich bin hinter dir. Ich sollte mich mehr auf meine Aufgabe konzentrieren. Wiederbeleben. Ich kann mich ja absichtlich ein bisschen töten lassen. Na, Spaß zu tun. Oh, da brauchen Leute meine Hilfe. Oh, jetzt ist er weg. Toll. Vorne, vorne, vorne. Ah, super, ey. Ich habe die ganze Treppe mit da oben verfolgt. Ich habe ihn nicht getroffen. Pass auf, da oben war einer. Jetzt ist er hinterm Haus. Ich krieg den, ich krieg den, ich krieg den. Jetzt bin ich hier im Haus. Das ist er nicht. Kannst ja, wenn du schaffst, ich spawne. Ich spawne bei dir, bin sofort tot. Und du läufst weiter. Ich lebe noch, ich lebe noch. Okay, jetzt lebe ich nicht mehr. Da habe ich mir in der Verstecke gespielt. Da ist irgendwie Autos rumgelaufen, weißt du? Wie man so zwischen Garage und Auto gestampfen ist, ja. Wo komme ich, Soldat? Bin jetzt hinter dir. Da im Container sind welche. Vorne, 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 vorne. Oh. Ich glaube, hier ist keiner mehr, oder? Ach. Die könnten hier so rumlaufen drinnen. Die könnten überall stecken hier, ey. Komm, jetzt lauf hier dran vorbei. Komm, lauf. Sauber. Hier bleibt sogar da stehen. Munition. Hm, ist der Panzer noch intakt? Wenn ja, stacke ich. Obwohl, nein, du fährst. Ich stacke nicht ein. Obwohl, nein, die Ketten fehlen. Ja, Sarvat ist doch noch fast heile. Wer will denn schon fahren? Dann steckst du einmal mit per Volt in die Leuchmaschine. Dann ist alles wieder wie vorher. Ja, wo sind sie? Wir sind ja auch in der Überzahl noch. Das ist ja gut. Komm, wir nehmen jetzt B ein. B? Rennst du zu B? Okay, ich renne auch zu B. Ich glaube kaum, dass wir B einnehmen werden, aber wir können es ja mal versuchen. Bist du da vorne schon? Oh, da ist einer. Nein. Wo? Oh, toll. Bist du tot? Ich lebe noch. Nee, der Typ war schon tot, bevor ich den töten konnte. So, ich wollte gerade sagen. Ich komme auch hierher. Vielleicht schaffen wir das ja sogar. Okay, Panzer, Panzer, Panzer. Oh, da an der Seite. Oh, schon tot. Oh nein, oh, tot. Warum denn immer auf den Sanitäter? Oh, was? Oh Gott. Vor allem, die hängen dann immer an Stellen rum, die Leute, die dich getötet haben, die du vor drei Sekunden noch abgecheckt hast. Ja. Das ist mir ein Rätsel. Die sind einfach da. Ja, ich... Ich glaube, solche Spiele sind einfach nichts für mich. Deswegen ist das ja auch ein Let's Fail. Ja, ich meine, du stellst dich ja verhältnismäßig noch gut an. Ja, zwischenzeitlich aber nur. Hatte ich ja vorhin auch mal eine Phase, wo ich dann meine 8, 9 Kills hatte oder so. Aber ich glaube, wie viele Kills habe ich auf dieser Map, in dieser Runde jetzt gehabt? Zwei, drei? Das ist... Panzer! Lass mich einsteigen. Danke. Oh, willst du einen Panzer? Bei jemandem in einem Panzer, der sogar Panzer steuern kann, anscheinend. Oh, je. So, da vorne, da vorne, da vorne ist doch einer. Ma, wer war das denn jetzt? Ach so, ein Panzer war es. Okay. Zeit für eine Pionier. Ins Gefecht. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach Gott, so weit weg wieder. Boah, ist aber trotzdem ganz schön knapp. Naja, aber noch liegen wir vorne. Ich denke, man will gewinnen noch. Aber bestimmt nicht, weil wir so gut gespielt haben. Scheiße, 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 scheiße. Haben wir einen ausgeworfen und zurückerobert. Ne, das stimmt, man kann besser spielen. Ja. Oh. Sag mal, nein, nein, nein. Da kommen die letzten auf zwei Quads mir entgegen, oder? Das ist doch, die hängen mit einem Panzer und auf einem Quad. Alter, das ist ja mal eine ganz heikle Angelegenheit hier. Wo bin ich denn jetzt überhaupt, ey? Ey, jetzt, doch, ich wollte schon sagen, jetzt sehe ich keinen Panzer mehr. Der hängt doch. Fahrzeug beschädigt. Oh, 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 oh. Oh. Gewonnen. Ja. Und nur, weil ich so gut gespielt habe. Wollt du jetzt einmal ins Gegenteam? Ja, komm, ich gehe jetzt einmal ins Gegenteam. Ja, ich gehe jetzt nächste Runde ins Gegenteam. Und dann muss ich dich messern. Meine Aufgabe für den Tag. Zu mich messern? Was habe ich denn da gekriegt? Das Lustige ist ja, dass du sagtest vor der Aufnahme, dass du uns einen Loopserver raussuchst. Ja. Ich glaube, das machst du mit Absicht nicht. Ja, stimmt. Der Server ist jetzt nicht so der Bringer eigentlich, ne? Team wechseln. Möchtest du das Team wechseln? Ja, ich glaube, ich bin jetzt im anderen Team drin. Oder? Ja, scheint mir fast so. Das gehe ich mal in einem richtig guten Squad. Ja, ich bin jetzt im... Bist du drüben? Warte. Ja, du bist... Okay, ich bin im Gegner-Team. Ich bin im Team Blau. Ach, schon wieder die Map. Waren wir hier nicht vor uns schon? Das wäre andersrum. Nein, nein, nein. Oh, tot. Ach, Mann, oh. So, mal gucken, ob ich dich gleich finde hier. Auf der Karte... Auf der Karte an sich sehe ich dich da nicht. Das ist ja... Oh, 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 oh. Oh Gott, das ist Punkt B hier vorne. Ach, wann? Direkt wer tot? Da, wo bist du denn? Ach, da, ja. Scheiße. Hattest du nämlich schon im Visier, oder was? Nee. Ich habe dich nur bei Tab mal geguckt, wo du bist. Du kannst gucken bei Tab, wo ich bin? Ja, also teamtechnisch. Ach so, okay. Ich kann gerade sagen. Soll ich Position, das wäre mir neu. Voll der Cheater so. Aha, ich weiß, wie du bist. Ach, Quarz. Sport doch mal, ey. Ich meine, es war schön, dass ich in den Panzer Punkte kriege, aber irgendwie... Ach so. Ich glaube, die Schrotflinte wäre genau das Falsche hier. Ach Gott, scheiße, mir kommt direkt ein Panzer entgegengefahren. Lauf weg. Scheiße. Das heißt, du bist bei einem Panzer. Ja, aber bei einem, der vielleicht auch kaputt ist, ne? Ach, du Scheiße. Ach, du fordurchst mich doch einen Panzer. Überall stehen im Panzer. Versteck mal ein paar Minen in den Trommerteilen. Hey, Panzer. Mein Panzer. Macht auf mich. Boah, scheiße. Ich komme jetzt hier nicht weg, weil... Egal, wo ich lang retten würde, ich würde glaube ich sterben. Oh nein. Na gut, komm, ich riskiere es. Was soll's. Boah, da waren drei Stück und ich habe nur einen getroffen. Ich hasse den. Hä? Nein. Oh. Und ich denn jetzt? Ich habe einen. Ja. Der erste in dieser Runde. Ich verstecke mich einfach irgendwo in der Ecke, irgendwann läuft es vorbei. Ja, ich laufe gerade in einem gewissen Lobby praktisch immer im Kreis, aber dass alle vorbeikommen. Das ist so ein bisschen wie Camping, nur so mit Joggen nebenbei. Camping im Kreis. Richtig. Im Kreis campen. So. Ne, komm, ich gehe mal ein bisschen jetzt ins Geschehen hier rein. Okay, auch nie machen, ey. Ich habe ja meinen eigenen Kill, das finde ich schon mal cool. Ich bin nicht der Schlechteste aus meinem Team. Ich habe auch schon einen. Dein Team sind auch erst mal viel mehr Leute als in meinem. Finde ich jetzt auch nicht so mega. Oh, 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 oh. Stimmt. Okay, natürlich. Ach, der, der, der gerade von mir getötet wurde, hat jetzt auch mich getötet. Das ist natürlich schön. Ich gucke mal, ob ich den erwische. Hä? Oh, ein Quad, ein Quad. Gib hier ein Quad. Wo ist er denn hin? Was? Ach, komm. Komm, ich möchte nur einmal mein Messer in dich reinrammen. Ich versuche dich ja zu finden. Aber das Reflex schien sich dann bestimmt. Ja, bestimmt. Warum willst du mich eigentlich messern? Wenn ich dann abzeichnen habe. Ach, du kriegst ein Abzeichner, du hast doch nie einen gemessert, oder was? Ne, deins krieg ich dann. Ach. Mit deinem Namen. Jetzt ernsthaft? Ja. Scheiße. Wie ist das denn? So, komm. Jetzt muss ich dich finden und besser, naja. Okay. Shallen,確 Nee. Jurassic Park. Wir haben eine camee. screen.